moin moin freunde und herzlich willkommen zu meinem ersten gearcheck video mit neuem mikrofon und zwar habe ich mir das rode nt 1a gegönnt samt mischpult und mikrofongalgen und ich hoffe dass sich das ganze jetzt ein bisschen professioneller anhört bzw ich noch besser zu verstehen bin weniger gerausche ja lass uns mal überraschen haut mir mal ein feedback in die comments wie das video so ankommt und ich bin mal gespannt also beim letzten gearcheck video haben sich nur noch acht leute beworben wobei ich dazu sagen muss dass dieser gearcheck diesmal etwas schneller abläuft also sprich im zeitraum also ich habe früher angefangen den nächsten gearcheck zu machen deswegen sind es halt nur acht jetzt kann ich mich aber auch ein bisschen ausführlicher darum kümmern also zunächst für die die in zukunft wieder einen gearcheck haben wollen ihr geht auf www.d3 ab also up udo paula.com dann klickt ihr hier auf getting started dann create import your character build und dort wählt ihr aus den server auf dem ihr seid in meinem fall wäre das europa dann gibt ihr das battle tag ein bei mir ist es dann ins black soul 2595 find my characters charakter auswählen und dann nicht mehr zu search wie mir das am anfang immer häufig passiert ist sondern create build so wie man sehen sehen wir nichts weil ich habe nichts mehr auf meinem char habe ich zurzeit verlieren das gear aber ihr nehmt jetzt von dem charakter den ihr gearcheckt haben wollt wohlgemerkt ich mache das nur bei wizards also zauberern nehmt ihr diesen link kopieren und dann einfach in den comment rein posten und dann werde ich im nächsten video euren char gear checken so was haben wir denn hier also wir haben erstmal prinzipiell cm cm wizard jawohl doch passt alles sieht gut aus erstmal auf den ersten blick 130.000 schaden bei 300.000 ehp ist ein bisschen wenig schaden zu viel ehp das schauen wir uns gleich noch genau an dann haben wir hier 1,9 attacks bei 33 ias das brauche ich mir auch nicht genau angucken weil es ist einfach definitiv zu wenig ganz wichtig 44% crit ist auch noch ein bisschen wenig gut dann haben wir hier 47.000 leben jawohl live per hit ist auch zu wenig und arcane power und crit finde ich gerade nicht bin ich gerade zu blind naja egal werde ich schon gleich besuche ich mir gleich raus ja da fangen wir doch mal erstmal mit an gehen wir hier auf die battle net seite und schauen wir doch mal an wo das problem ist ok das größte problem ist schon mal die waffe also ich weiß jetzt nicht was du hier genau spielst also du hast zwar eine cm skillung drin aber das ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes ok pass auf wenn du ein cm wizard spielen willst ist für dich erstmal sehr wichtig dass du genügend arcane power und crit hast heißt also waffe austauschen gegen eine chantodos wille ne kraft chantodos wille genau das war die waffe ich komme ja mit durcheinander jetzt weil der eine jetzt auf englisch der andere nicht äh nein nicht übersetzen so also chantodos wille äh entweder mit einem sockel da du jetzt schon einen 90% crit stein äh hast würde sich ein sockel anbieten so black thorns ist schon mal sehr nett geht aber deutlich besser indem du einfach eine suchst die noch mal 100 vita mehr hat und vielleicht 50 int mehr hat weil die kriegst du ohne sockel sehr preiswert die hosen also sprich so 170 int 280 vita die sind nicht mehr so teuer und ähm dann nimmst du noch eine mit 400 loh und das wäre ein schönes upgrade im nächsten zug nimmst du eine sturmkriehe weil du hast jetzt auf deinem mempo keine crit chance und äh crit chance hat auf jeden fall vorrang beim cm vor attack speed weil du brauchst halt ein gewisses maß an crit chance nämlich 50 prozent ergo nimmst du die sturmkriehe dann hast du nämlich auch schon die arcane power und crit nämlich ungefähr 18 17 ging ja auch noch aber mit 18 arcane power und crit läuft das schon sehr gut und du hast eben die zerzügelige crit chance live per hit hast du auch noch ergo hast du vieles mit einem preiswerten item abgedeckt deswegen solltest du eine sturmkriehe mit ich sag mal 4 5 crit nehmen 6 das lohnt sich nicht mehr die sind viel zu teuer und gucken wir mal weiter handschuhe hast du jetzt hier critical hit damage critical hit damage ist luxus beim cm wenn du es dir leisten kannst ja vorrangig aber crit chance attack speed main stat und dann den crit damage genau das gleiche gilt hier für die arm schienen das ist zwar prima dass die ein bisschen vita drauf haben ein bisschen oris aber das lohnt sich alles nicht hol dir preiswerte lacunis mit intelligenz 4,5 crit 9 ias zum beispiel die sind sehr billig die könntest du dir zum beispiel kaufen dann hier auch wieder beim ringen das gleiche crit damage ist auf jeden fall nicht so wichtig wie attack speed weil es bringt dir viel mehr wenn du wenig also andersrum crit damage bringt zwar effektiven schaden ja aber mit attack speed ist zwar deine screen dps geringer aber du machst trotzdem mehr schaden weil du mehr wirbel stellst und deine sturm rüstung progt öfter dann des weiteren ein suni massas pocken ja ich habe gesagt ein suni pocken kann man nutzen wenn man einen mit crit hat nein kannst du aber in deinem fall nicht weil du sonst zu wenig attack speed hast deswegen ringe bei der austauschung gegen welche mit crit chance und attack speed du musst erstmal auf einen gewissen grundwert an attack speed kommen sprich den 2 5er breakpoint also 2,5 den solltest du haben ich werde diesmal nochmal die tabelle die breakpoint tabelle die werde ich diesmal hoch packen hochladen meine ich bzw den link online stellen entschuldigung da könnt ihr dann hier eure werte eingeben die ihr habt auf den items und dann rechnet ihr euch automatisch aus wie viel na wie viel bei welchem breakpoint ihr seid bzw. wie viel ihr zum nächsten breakpoint braucht also an attack speed du könntest nämlich dann zum beispiel folgendes machen du hast jetzt schon suni boots da könntest du dir erstmal eine suni chest zukaufen dann hast du noch genügend ehp aber gleichzeitig bleibt der damage noch gleich wobei du verlierst jetzt auch schon wieder ihres dann wie gesagt das ist alles so eine sache wenn du denn erstmal auf deinem attack speed bist also 2,5 solltest du anpeilen also 2,5 angriffe pro sekunde gut das war es erstmal soweit ach ja hier auch noch ganz wichtig ich würde generell die ähm schultern mit viel vita nehmen und nicht so viel intelligenz also lieber mehr wert auf vitalität legen als intelligenz denn eben mit diesen items holt man sich die def werte und mit den items die damage auf dem amulett zum beispiel da sollte keine oris drauf sein dafür lieber mehr intelligenz solltest mal gucken ob du vielleicht ein gleichwertiges amulett findest ohne oris dafür deutlich mehr crit damage und deutlich mehr intelligenz das dürfte dein schaden alles in allem doch ein bisschen pushen weil du hast jetzt zum beispiel hier guck du hast jetzt eine relativ schlechte quelle dafür mit vita das lohnt sich also nicht so dann weiter zum nächsten jetzt haben wir hier wegklicken äh alrianda alrianda damage ja erp könnte ein bisschen mehr sein ist aber noch einigermaßen im rahmen attacks per second ein bisschen viel also attack speed kann man ein bisschen runter gehen gucken wir uns gleich an crit chance 50 prozent das passt armor 3700 jawoll 47.000 leben ja grenzwertig aber loh geht gar nicht 400 loh ist zu wenig und genauso skillung guck ich mir gleich nochmal ganz genau an ist auf jeden fall auch schon mal ein bisschen verkehrt äh slow time hat nur was drin zu suchen wenn du die überbosse machen willst oder du farmst natürlich in der gruppe dann ist das auch gar nicht so schlecht dann in der gruppe würde ich dann aber lieber slow time rausnehmen und gegen die sturm rüstung umgekehrt die sturm rüstung gegen slow time austauschen also in der gruppe wohlgemerkt weil das sind 20 prozent mehr schaden für die gesamte gruppe ist etwas effektiver als die sturm rüstung aber ich würde nicht auf den teleport verzichten das ist also der teleport ist elementar der ist sehr wichtig so was haben wir hier noch jawoll 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 passt so weit eigentlich glaub ich du könntest allerdings noch anstatt instabile anomalie zeitstrom mit rein nehmen hat den vorteil dass die gegner halt noch deutlich verlangsamt werden so dann gucken wir das gear uns mal an das mit dem roten gem im kopf also im helm ist relativ grenzwertig wenn du jetzt sagst okay du farmst easy mp10 in der gruppe ohne zu sterben also wirklich ernsthaft ohne zu sterben ja kannst du machen sonst würde ich da aber lieber ein ein amethysten reinpacken weil wenn du nicht stirbst ist das sinnvoller als zu sterben und mehr xp zu bekommen auf das was du killst weil du machst dann trotzdem pro stunde weniger so was haben wir denn hier ja vitalität 160 super ja im grunde kann ich dir hier eigentlich gear check technisch nicht so viel zu sagen hier hat er eine aufgepasst finde ich sehr gut hat jetzt noch physische resistenz drauf ist auch gar nicht so verkehrt sind dann meistens schon etwas teurer also für den anfänger nicht mehr so aber hier sind wir reden wir nicht von dem anfänger ähm also 270 vitalität super guck mal die zuni boots jawoll zuni chest mhm mit physischer resistenz sehr gut aber hier kommt der casus knacktus hier verschenkst du richtig 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 viel schaden und zwar hast du noch deutlich mehr könntest du deutlich mehr crit haben auf dem amulett und eben deutlich mehr also crit damage das war es eigentlich du könntest deutlich mehr crit damage auf dem amulett haben so ähm jetzt wäre die möglichkeit ähm den amethyst in den helm zu schmeißen und hier eben eine Teil rascher chest zu nehmen und dazu dann äh äh ein amulett mit äh crit damage also 100% crit damage anstatt neun ears das ganze kann man sich dann mal hier kurz angucken simulate gear mhm moment moment da ist das amulett und zwar machen wir mal attack speed na doch wir lassen naja ne äh wir kriegen auch 130 int dazu also ich mach jetzt mal 100 intelligenz daraus das wäre der set bonus der fehlt aber wir bleiben dann bei den neun ears wegen der Teil rascher jetzt machen wir mal 80 90 äh crit draus da machen wir mal ruhig 95 crit draus so und dann tauschen wir noch den stein in der chantodus aus gegen einen markisen äh rubin ja das lohnt sich noch nicht so ganz warum lohnt sich das noch nicht so ganz weil die waffe nur 45% schaden hat also was du machen könntest ich muss noch mal hier genau gucken 45 machen wir mal 49 draus ja das wären so kleine beispiele das bringt jetzt nur 6000 schaden würdest du dein amulett mit mehr schaden nehmen und eine teil rascher brust und eben einen grünen äh einen roten stein also den roten stein aus dem helm dort rein hättest du schon mal mehr schaden aber ansonsten im großen und ganzen kannst du eigentlich nur noch items kaufen eben mit mehr stats drauf hier zum beispiel den ring ähm den könntest du sofort austauschen weil der hat ja gar nichts also 180 int ja aber wenn du dir den ring jetzt nochmal anguckst äh das ist der zweite ring jetzt nehmen wir mal nur 40 intelligence und dafür hätten wir mal critical hit damage da und dann machen wir mal einen humanen wert machen wir mal 25% und schon siehst du steigt der schaden ohne ende so 45% crit gibt schon dann 18.000 schaden also insgesamt mit allen änderungen zusammen das ist schon mal ordentlich aber dein problem ist du hast zu wenig leben pro treffer ergo würde ich dann lieber einen ring nehmen mit leben pro treffer noch dazu 400 also nicht 400 noch mal 350 ja 360 sowas um den dreh vielleicht ein bisschen crit ohne intelligenz dann wirst du im schaden vielleicht ein bisschen fallen sogar obwohl ja auch nicht nein du wirst im schaden nicht fallen es wird gleich bleiben aber du hast halt mehr survivability das wären so die sachen die ich als erstes bei daimchar angehen würde gut dann kommen wir jetzt zum nächsten das ist nerwer nerwer ach egal ich krieg's einfach mit dem aussprechen nicht hin ich hab's zwar im ähm post gelesen aber hab's schon wieder vergessen sorry ja hier haben wir 140.000 damage 190.000 ehp das ist ungefähr okay dann haben wir 2,62 angriffe pro sekunde das ist zu viel oder zu wenig also entweder auf 2,5 angriffe pro sekunde oder eben 2,74 hier ähm critical hit chance ist okay armor 3800 auch wunderbar 33.000 leben ist aber dann deutlich zu wenig warum warum geh ich immer nach erp aber sagt dann trotzdem wenn die erp einigermaßen in ordnung sind hier leben passt nicht ganz einfach ihr braucht einen gewissen lebenspool um eben gegen heilen zu können beziehungsweise damit ihr seht oder rechtzeitig merkt dass ihr im leben droppt so dann gucken wir uns das ganze mal noch auf battle net an das gear genau ach leben pro treffer wollte ich noch gucken leben pro treffer 1400 ist viel zu viel so wo kann denn der wo kann er denn jetzt hier damage einsparen also erstmal eh nicht damage einsparen leben pro treffer einsparen haben wir hier auf dem ring 128 400 okay hier diesen ring kannst du als erstes austauschen ja den äh der lohnt sich nicht dann nimmst du lieber einen ring vielleicht mit crit damage noch drauf oder je nachdem was du dir leisten kannst für einen ring da musst du mal ein bisschen suchen und genauso bei diesem ring hier würde ich auch gucken ob ich eben keinen mit loh finde sondern einen mit crit damage noch dazu das steigert deinen schaden nämlich ganz deutlich dann würde ich bei diesem amulett warte mal jetzt hat er hier 1,65 bei 59 prozent attack speed das waren wir bei 59 attack speed so das heißt also zum zum 271 äh 272 er breakpoint beziehungsweise 273 in game wäre er ist der 24er breakpoint 274 fehlen ihm 7 prozent ihres und zum 25er breakpoint kann er um 7 ihres runter gehen 7 ihres können wir einsparen so das ganze ist jetzt nicht so einfach also das machen wir wie folgt einen von den beiden ring den neu kaufst mit 9 ihres und dafür auf dem amulett auf ihres verzichten komplett dafür aber nochmal 5 prozent crit mit drauf oder sagen wir mal 4 prozent crit mit drauf und eben nochmal 40 prozent crit damage mehr und schon hast du deutlich mehr schaden und dann nächste als nächstes eben die hose austauschen ohne sockel dafür mit 280 vita und 150 int zum beispiel das nächste ist die zunimasa boots es ist ja in ordnung dass du sie mit eurus genommen hast aber es lohnt sich für dich nicht nimm sie lieber mit viel vitalität und viel intelligenz so viel wie es dein geldbeutel hergibt oder deine wie deine bereitschaft ist gold auszugeben nicht geld sondern gold und ähm ja du brauchst nicht unbedingt auf jedem item eurus und gerade bei so teuren items wie den zunibuts nimm lieber push lieber deine vitalität damit bevor du irgendwie versuchst da auf eurus zu gehen das lohnt sich nicht ansonsten kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen ich würde sagen tauscht das erstmal aus und dann sehen wir weiter Mjölnir kommt jetzt dran Mjölnir hat 260.000 damage ja 300.000 erp ist auch schon langsam knapp das ganze problem ist glaskanone glaskanone würde ich nicht spielen ja jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken ja es ist explosive belt chain reaction erblast chain reaction jawoll also der ganz normale cm ray of ray of frost what the fuck ok würde ich auch nicht spielen teleport ist viel sinnvoller in der in der situation ähm weil du einfach viel mobiler bist und was beim teleport nämlich die den mehr schaden ausmacht ist man castet wirbel man hat jetzt so ne wie keine ahnung zehn explosionen die grad in reihe am casten sind und dann fortet man sich in den nächsten trash mob rein in die nächste gruppe und schon wirken die explosionen da schon wieder und äh man macht gleich viel mehr schaden ergo teleport ganz wichtig glaskanone raus da gehört entweder temporal flux oder zeitstrom mit rein so was haben wir denn hier 2,78 ist ein bisschen zu viel attack speed also zu viele angriffe pro äh sekunde hm aber maximum live passt live pit ein bisschen mau crit chance ist gerade so eben sollte man vielleicht noch ein bisschen was drauf packen gut das ganze schauen wir uns an ok live after kill ich dachte gerade live und hit schade hier ist auch wieder so ein problem dieses amulett bringt relativ wenig schaden warum wir haben sehr wenig intelligenz drauf wir haben normalen crit damage drauf da geht einiges mehr an crit damage und intelligenz drauf heißt also ich würde auf den attack speed hier auf dem amulett verzichten und würde lieber mit einem 2,5er breakpoint spielen ohne glaskanone dafür mit temporal flux das wäre in meinen augen die erste sinnvolle änderung ja und natürlich ein bisschen wenig LOH also ich würde wenn äh mit mempo wenn ich mit mempo spielen wollen würde dann würde ich lieber äh ein ring nehmen hier dann mit max damage weglassen dafür dann eben LOH drauf vielleicht ein bisschen weniger crit und dafür halt den zweiten also den ring etwas besser vielleicht äh der hat jetzt schon doppel hole int äh der wird schon gar nicht billig gewesen sein aber hier auf den auf den stiefeln der hätte wesentlich mehr drauf gekonnt also weniger orress deutlich mehr intelligenz ein bisschen mehr vita und dafür im gegenzug das müssen wir selber mal gucken ja nicht unbedingt im gegenzug aber äh brrrr ja die armschienen sind gar nicht schlecht ne das einfach mit mehr vita fertig und vor allem hier auch wieder das thema äh ich würde mit amethyst im helm spielen weil ähm bei gerade bei dem bisschen LOH ist das schon grenzwertig aber muss jeder für sich selber wissen wenn du nicht stirbst ist in ordnung dann kannst du so weiterspielen das wären so die änderungen die ich vornehmen würde und wie gesagt ray of frost weg und dafür eben äh ja den teleport mit rein und generell eigentlich die items nur ein bisschen von den stats her verbessern was anderes fällt mir auch grad nicht ein haha gut dann kommen wir jetzt zu zu tal rascher ah 74.000 äh damage zu 160.000 erp das passt halbwegs was haben wir denn jetzt hier 2,39 angriffe pro sekunde ja da muss noch ein bisschen was drauf und crit chance auch leben pro treffer das passt fast 900 das ist nicht zu viel nicht zu wenig bisschen wenig maximales leben aber sonst sieht das eigentlich gar nicht schlecht aus so tal rascher hatte ich letztes mal glaube ich schon mal gegier checkt ja da sind noch ein paar steine nicht ok dann passt das soweit also ich denke bei den handschuhen kriegst du auf jeden fall noch ein preiswertes upgrade mit wesentlich mehr intelligenz also 9 ias 10 crit die sind gar nicht so teuer da würde ich noch mal gucken ob du da nicht vielleicht bessere findest so pocken ohne crit chance geht gar nicht mal gucken warte mal hier hat er nur 30 hä hier zeigt er mir 30 crit chance an hier zeigt er mir 50 crit chance an ne quatsch 35% doch passt alles über nein ja doch passt passt gut also das hatte ich doch letztes mal schon gesagt also das ist eigentlich das das meiste musst du austauschen also sprich du musst auf alle items crit chance drauf bringen auf den ring musst du crit chance drauf bringen auf den auch also austauschen ein cm wizard mit einem leoric siegelring zu spielen das lohnt absolut nicht weil du bist viel zu langsam vom killspeed her der cm wizard spielt sich einfach viel zu ähm wie soll ich sagen also spielt sich nicht spielt sich nicht flüssig du bist einfach langsamer das lohnt sich gar nicht dafür eben diese dieses bisschen bonus erfahrung mitzunehmen genauso beim amulett auch crit chance brauchst du crit damage und intelligenz lacunis ja kann man erstmal so lassen also gerade in deinem budget bereich würde ich nicht auf eine tal rascher brust gehen mit oris sondern lieber maximal vita beziehungsweise würde er schon fast einen ring ein rare ring mit intelligenz und crit chance nehmen und eben dafür eine zunni mother chest passend zu den stiefeln das wären erstmal so die dinge die ich angehen würde an deiner stelle und nanu kein sockel was hat denn das ding als zusatz role maximal intelligenz und naja wie dem auch sei ich würde an deiner stelle die dinge an todes austauschen entweder gegen eine variante mit sockel oder aber eine variante mit crit damage drauf weil crit damage pusht beim cm ungemein wenn man gerade viel crit chance hat ja die hose kann man erstmal so lassen sturm krehe auch erstmal aber das wären so die upgrades die du an deiner stelle als erstes machen solltest dann haben wir magic attack magic attack ja das passt auch so halbwegs erp ist schon fast fast zu viel aber ist ok für 100.000 schaden 49% crit damage 2,5 bei breakpoint das sieht gut aus 3500 armor 1000 loh ist ein bisschen viel da geht noch ein bisschen was weniger 40.000 leben kann man so lassen bisschen mehr wäre natürlich nicht schlecht aber es passt so so dann gucken wir uns das ganze mal genauer an hier auch eisen des unsterblichen königs guck doch mal lieber nach handschuhen mit attack speed noch drauf und ein bisschen weniger intelligenz und zwar keine ik sondern irgendwelche rares weil dann könntest du nämlich schon mal auf die tarascha brust verzichten könntest dafür eine suny chest nehmen eben mit suny boots zum beispiel das ganze bringt dir deutlich mehr movement speed und eben mehr damage so dann sag mal bin ich denn heute blind ach da vita 50 vita ok such nicht nach einer waffe mit 50 vita such dir 300 intelligenz sondern such lieber nach einer mit bisschen weniger grundschaden dafür eventuell crit damage drauf oder eben einem sockel das bringt dir auch nochmal einen schaden push und dann verzichte auf ähm einen magie fund bonus und nehme eben das gleiche amulett mit mehr crit äh quatsch doch vielleicht mit mehr crit damage und eben intelligenz drauf 100 intelligenz wobei es die frage in deiner preisklasse ob es denn so ein amulett gibt da würde ich mal ein bisschen gucken äh unity ja ah ich sehe gerade du hast kein keine arcan power und crit auf deinem helm auf deiner also auf deiner quelle hast du nicht hast du nicht hast du nicht nein gut also als nächstes upgrade eine bessere quelle ohne vita und eine sturmkree eine sturmkree mit crit weil crit chance ist wichtiger als attack speed und dann hast du nämlich auch genügend arcan power und crit und es läuft vernünftig und wie gesagt die tarascha brust austauschen gegen zuni mother chest und zuni mother boots und eben darauf achten dass die zuni chest und die zuni boots auf jeden fall sehr viel vitalität haben das wären so die upgrades die ich als erstes machen würde an deiner stelle jetzt kommt bellatrix lestrange nein bellatrix einfach nur hier doch zu viel erp für das bisschen damage 2,3 angriffe pro sekunde 42 crit ist zu wenig bei 600 loh das ist auch zu wenig 4000 armor passt so halbwegs gucken wir uns das jetzt erstmal schnell an im battle net mit jetzt muss ich nochmal kurz gucken ja so sturmkrieel mit mit ohne crit versache keine crit chance ups jetzt bin ich mit meinem mikro hängen geblieben auf die sturmkrieel gehört crit chance ganz wichtig erstes upgrade dann den pocken rausschmeißen du brauchst einen pocken mit crit chance also den wirst du dir wahrscheinlich nicht leisten können deswegen nimmst du einfach irgendeinen ring mit attack speed crit chance und vielleicht noch ein bisschen intelligenz drauf dazu nimmst du dir zuni boots mit mehr vita weniger int und dazu eben eine zuni chest du hast den set bonus du hast mehr all res du hast auch drei sockel nur den attack speed nicht jetzt könnte man ja sagen es wird insgesamt zu langsam aber du hast ja die beiden ringe auf denen du noch attack speed rausholen kannst nämlich genauso auf dem hier tausch min max damage gegen attack speed aus hier auch die black thorns kannst du auf jeden fall austauschen gegen eine mit 120 intelligenz und 200 vita dann hast du noch ein bisschen luft nach oben auf den anderen items so würde ich das tun so und dann magische waffe hat bei dem cm wizard nichts zu suchen magische waffe dafür nimmst du teleport rein mit wurmloch damit dem schneller bist und dann nimmst du astrale präsenz raus brauchst du nämlich auch nicht mehr dann und dafür nimmst du kaltblütig rein bringt dir nochmal 20 prozent schaden und instabile anomalie kannst du tauschen gegen temporal flux also zeitstrom jetzt kommt jetzt kommt es es hat auch bisschen viel wenig damage bisschen viel ehp 2 5er breakpoint passt 48 ne 50 prozent krit passt auch 3200 armor langsam ein bisschen zu wenig aber passt soweit eigentlich kann man machen auf dem tierbereich auf dem tierbereich jetzt fange ich an mit wot auf der schwierigkeitsstufe auf der du farmen wirst reicht das leben pro treffer 700 ist auch in ordnung die skillung anstatt evocation auf jeden fall kaltblütig mit rein anstatt blur nimmst du temporal flux also zeitstrom mit rein so nochmal kurz übers gear fliegen du hast 1,69 angriffe pro sekunde auf deiner chantolos dann würde ich eher eine mit sockel nehmen oder mit crit damage anstatt diese 4 quasi 4 angriffe pro sekunde mit rein zu nehmen und dafür würde ich den ring hier austauschen gegen einen mit weniger intelligenz dafür ein bisschen mehr attack speed und vielleicht crit damage und das ganze hier da würde ich auch eher entweder oder ein bisschen weniger crit und hier attack speed drauf oder halt hier mehr attack speed drauf du brauchst auf jeden fall ein bisschen mehr attack speed um eben die fehlenden attack speed von der waffe auszugleichen aber glaub mir mit einem sockel oder aber crit damage drauf steigerst du deinen schaden enorm genauso hier die zuni chest würde ich auch irgendwann mal austauschen gegen eine mit mehr vitalität und bei zeiten auch die zuni boots mit weniger intelligenz ein bisschen mehr wieder musst du halt gucken was es im auktionshaus zu dem zeitpunkt gibt ja black phones passt erstmal soweit ja die quell auch ja das wären so die upgrades die ich an deiner stelle machen würde gut so männers und mädels ich hoffe es hat euch gefallen es war informativ genug ein feedback über das neue mikro würde mich freuen und an dieser stelle danke ich euch fürs zuschauen hoffe ich konnte euch helfen und wünsche euch noch viel spaß beim umsetzen viel erfolg und wir sehen uns beim nächsten stream haut da rein macht's gut ciao ciao